Yeah! Gut, jetzt aber. 100 Millionen verkaufte Alben und alle, alle Preise, die man als Künstler in der Musikbranche erreichen, gewinnen, verliehen bekommen kann, hat Prince natürlich bekommen. 1984 war es, da tanzten wir alle, da tanzte die ganze Welt zu Purple Rain. Und eben diesen Mega-Mega-Mega-Song Purple Rain in einer sehr, sehr sommerlichen Version hören wir jetzt vom DSDS-Gewinner 2015. Purple Rain bei strahlendem Sonnenschein. Hier ist Severino. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dankeschön! Vielen Dank! Purple Rain in der Version von Severino. Danke!